hallo zusammen hier ein kurzes ergänzendes video zu dem langholz anhänger hier sieht man noch mal die kleine überraschung das westen ist also es gab fragen ob ich die bremsen selber gemacht habe und das will ich einfach hier mit beantworten mit ganz einfachen mitteln habe ich die bremsen selber belegt schaut euch einfach an schaut euch auch gerne meine anderen videos an erst gerne einen kommentar oder daumen hoch da in diesem sinne würde mich freuen wenn wir uns beim nächsten projekt wiedersehen ja 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 Das war's. Das war's.